Bernie und Erz Heute Urlaub Ich packe meinen Koffer So was zu saufen Ganz wichtig Und was zu ficken natürlich Hallo Bernie Hallo Erz Entschuldigung Hatte vergessen mir was anzuziehen Mach das nicht wieder Entschuldigung Ah Idee du hast schon einen Koffer gepackt Klar und du hast du den Urlaub gebucht Klar Lass mich raten Hawaii Hallo Nein Nein Vielleicht Moskau 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 Nein 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 Vielleicht Rio Kopa 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 Na Nein 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 Nicht Hawaii Nicht Moskau Nicht Rio Wohin fahren wir denn mit Urlaub Jetzt halt dich fest Wir fahren mit dem Buchsbomber Nach Thailand Wow Thailand Ja Thailand Yeah 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 Moment mal Was denn? Weißt du was? Was? Schau doch verreisen Das können wir auch zu Hause haben Genau Komm her Nja 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 Vielen Dank.